Da geht noch mehr! Seid Togotour! Ja! Super! Das ist wirklich jetzt leider 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 unser letzter Auftritt hier in Leipzig. Oje oje! Aber die Togotour geht hier noch weiter und wir sind bestimmt noch mal in eurer Nähe. Deswegen immer schöne Menschen da auf jeden Fall noch mal nachschauen. Und man muss natürlich dazu sagen, wir haben die Autogramm-Tour jetzt auch noch dazu. Morgen sind wir in Halle. Also, vielleicht könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr uns noch mal sehen möchtet. Stimmt. Also auf jeden Fall immer schön unter yamatami.de oder auch unter toko.de. Also immer schön im Internet nachschauen, wo wir demnächst mal sind.